Hier geht es jetzt im Moment eigentlich nur darum, dass die Musik sehr modern, sehr technologisch und auch auf jeden Fall zurückklingt. Also nicht sehr geordnet, schon auf eine gewisse Art und Weise. Das ist irgendwie so eine Schwelle zwischen Ordnung und Chaos und auf der anderen Seite mag ich es im Moment sehr klinisch. Also das ist so wie auf Reagenz, wie nach einem verrückten Professor, der quasi aus irgendwelchen elektronischen Fluiden irgendwas zerfestigt oder so. So, wenn ich jetzt auf die Hände hinweg und ausgedrückt, dann müsste ich es wieder raus, dann wieder raus. So, dass ich nicht immerığım, dass die Hände hinweg werden müssen. So, dann freue ich einmal wieder raus, was ich bin froh, dann damit ich mich an. So, dann sind diese Hände hinweg, aber dann haben wir wieder einen Bezug auf eine Probe. So, dann auf die Hände hinweg und dann etwas infinityeres. So, dann geht den Hände hinweg. So, dann geht das auf die Hände hinweg und muss das hier hinweg, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020